Ja, das klingt nach einem Boss, das klingt nach einem guten Boss, einem guten alten Boss. Hallo. Ich bin Z-A-I-L, das ist die Rene, wir haben Dirk Wren und wir haben Yurik, der Magier. Der köpft dich. Ja, das da ist er, genau. Er ist ein toller Kerl. Ja, Yurik ist ein toller Kerl. Nein! Lass ihn nicht sterben. Wenn Yurik stirbt, dann ist das Spiel für mich gestorben. Also, ich brauche mein Meme. Ja? Okay, mach ja noch kurz zu Zeit einen feindlichen Angriff ausdröchen. Es war ja klar, dass diese Rolle auch mal auftauchen muss. Ach, das sind dann Rollen. Okay. Barrel roll! Jo, ich hab Spaß. Ähm, mach mir doch einfach mal das hier wieder an. Kannst du schneller machen und dann ist es gut. Danke, Yurik. Ähm, Degren. Degren, steh mal auf, bitte. Okay? Du gehörst dich tot. Wir sind aber auch fast tot. Das ist auch gut. Kokon. Kokon. Entschuldigung. Das ist schon fast Kokon, würde ich sagen. Uiuiuiuiui. Wir haben was schön, wenn du die Magie einsetzen würdest. Beeil dich, bitte. Yurik. Yurik, beeil dich. Du hast nicht mehr so viel Zeit. Deine Schwachstelle ist, wir warten einfach und greifen an. Muss hier. Ich finde das schon geil. Okay, also echt viel Leben, muss man sagen. Okay. Ah, hier. Yurik, Magie, los. Du kannst das Yurik, los. Okay. Dann, los, Angriff. Wie, da kommen wir ja. Wie, wie mehr? Wo denn? Da hinten? Ja, ist mir auch klar, dass es zu lange ist. Die Sirene stirbt schon wieder. Was ist denn dort? Der Bomb, habe ich auch schon gesehen. Danke. Ich bin ja unterwegs, lass mich. Wo ist er? Wo ist er? Hä, hallo? Ah da, hi. Ich bin fast tot. Ist aber schon okay. Ich bin tot. Ich habe das Bomben-Tutorial nicht ganz verstanden. Ist aber schon okay. What the fuck passiert hier? Der Typ rastet aus. Keiner aufhört auszurasten. Du gehst mir ein bisschen auf die Nerven. Also stirbt bitte, okay? Ähm. Bombe. Aua. Okay. Es ist okay. Rastet nicht so sehr aus. Das tut auch ganz bestimmt nicht weh. Ich mache irgendwas falsch, oder? Äh. Jo, okay. Ist es okay, dass du mich jetzt im Visier hast? Ist es schon okay? Das Ding rastet ja komplett ausgeradet. Danke. Was? Hallo? Ich bin unterwegs und hol mir mal. Ähm. Eric, bitte steh auf. Okay? Es ist zu früh zu bestimmen. Okay? Wow, wow, wow. Es ist ein bisschen Monster. Reg dich ab. Ja, ist okay. Okay, das ist vielleicht. Nicht gut getroffen gewesen. Ich bin in Panik. Hier hinwerfen. Ja, jetzt ob ich dieses Ding wanted. Ja. Wo ist die Brücke denn? Dann komm her. Habe ich das Ding denn im Visier? Ja, hi, komm. Ich bin hier. Hallo? Hier bin ich. Ja, genau. Jetzt komm her. Nein, nicht werfen. Bitte nicht werfen. Alles nur nicht werfen. Hallo? Ja, ja, komm. Ja, ja, ähm, rennen, rennen einfach, okay. Ah. Ja, 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 also man sieht, ich habe den Kampf verstanden. Das lief nicht schief. Nein, nein, das war alles geplant, dass ich 3, 4.000 Mal gestorben bin. Das ist nur, weil ich nicht lese, was da passiert und mich beschäftigt bin, dass mich dieses Monster nicht angreift. Epischer Kampf. Ja, 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 ich liebe dich. Du gehst runter. Ha! Derech, das ist mein Junge. Ähm. Komm ich noch drüber eigentlich? Schön und gut. Aber wie kommt ich wieder auf die andere Seite? Es war ein Success. Ist das all right? Success. Ich bin mal beeindruckt. Bin ich. Wirklich. Ich bin mal beeindruckt. Straße zur Stadt. Kapitel 2. Kann sie bitte, story-wise, bitte sterben? Ich wäre glücklich, wenn sie story-wise sterben würde. Das wäre... Das habe ich nicht gesagt, okay? Ich mag sie. Ich mag sie. Oh nein, Hilfe! Wir laufen in 3 FPS. Oh nein, wir müssen sie retten. Sie sind in 3 FPS-Fluch betroffen. Oh, blöde Al. Was ist es jetzt? Ja, weiß ich nicht. Okay. Du hast ehrlich nur was Schlaues gesagt. Ja, okay. Räge dich ab. Okay. Erstmal drücken wir das Ding weg. Dann werden die Kinder weg. Okay. Yurik, lasst uns keine Magie ab, bis die Kinder safe sind. Ich werde die Kinder ab. Lasst uns das fertig machen. Lasst uns das fertig machen. Ist doch egal. Hinten ist das Kind? Ja, nach rüben nimmst du noch eins. Und wenn ich mit Magie angreife, gefährd ich die Kinder. Ganz ruhig, unser Plan geht. Ja, Loxin ist ein seltsam, nicht zu ihr. Yurik schafft die Kinder weg. Okay. Let's go, Evoli! Okay, jetzt einfach verteidigen. Danke. Boy ist geil, ich liebe Boy. Crazy Lady ist geil. Verrückte Tante ist übrigens für die Kutübersetzung für Crazy Lady. Oh. Ja, es freut mich, dass du solche Angst hattest hier. Wir helfen ein bisschen mit. Beste des Waldes. Yurik, deine Kindergeschichten wollen wir nicht wissen. Okay. Lass sie ihn, okay? Wenn Yurik Niles Kinderinstinkte hat, dann ist das halt so. Das spricht auch für ihn. So Bütze. Yurik, unser Held. Also, liebe Fieber. Yurik, die Kämpfe dauern sehr schön lange. Ich glaube auch, die Bosskämpfe ist ein echtes Highlight des Spiels. Sehr wahrscheinlich sind sie sogar das Highlight des Spiels. Die sind echt gut, die Bosskämpfe. Könnt ihr mich mal bitte ein bisschen beschützen? Ich bin hier gerade nur am Sterben. Das ist nicht gut. Schon okay. Es ist ja sowieso schon meine Rolle, irgendwie zu sterben. Keine Angst, der Fokus ist wieder an. Ich habe nur ein bisschen Angst vor dem späteren Spiel, wenn ich schon jetzt schon Probleme habe, teilweise. Barrel Roll. Könnt ihr mal bitte angreifen? Ach, okay, die eine ist tot. Okay, warte. Ja, ist schon okay. Ich meine, dass sie tot ist, ist ja nichts Neues mehr. Es ist eigentlich genau genommen, ist es ihr Leben, was ihr das tut. Jo, es wäre mir vielleicht besser, wenn ich das Ding abschalte. Es ist besser, ich werde andauernd nur getroffen. Und ich möchte ein bisschen leben. Das ist normal, oder? Hallo? Sind wir würdig? Sind wir würdig? Ich glaube, wir sind würdig. Ich glaube, es ist ein Monster. Danke, das war, das war eine gute Erkenntnis. Die sah auch sehr normal aus, übrigens. Also, sie hat nur komisch geleuchtet und war cool. Ja. Selten erscheinen, keinen guten Ruf zu haben. Es wirkt zumindest so. Es wirkt zumindest so. Und es ist ein cooler Effekt, dass es am Bildschirm so ist. Das ist schon geil gemacht. Und hier, das war. Und wir haben. Und wir haben das, was ihr wollt. Und wir haben das, was ihr habt. Und wir haben das, was ihr habt. Ich bin nicht. Du verstehst nicht. Wir lassen uns rein. Wenn du es Geld hast, dann haben wir es da raus. Ist das genug? Wir haben einen Mann unten. Bitte. Bitte. Let's go. Ist beschissen, ja. Er hat seine Tune geändert. Ich glaube, sie lieben hier nicht. Also was anderes ist neu? Lasst es dir nicht. Ich stehe dir nicht. Mann, ich bin total knackert. Es ist doch gut, dass man das gut tun kann. Es ist ein bisschen zufrieden. Es war ein schweres Tag. Ja. Ja. Wenn ich jemanden... Hau nicht ab. Ja. Ach, Entschuldigung. Ach, du kannst doch auf einen Weg drum zu stehen. Wir haben hier so weit vor mir da auch nicht machen. Also das ist mir das schon... Das ist schon sexuelle Belästigung und... Nein. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Hi. Hi. Ich wollte dich um... Guck dir auf herumzutanzen. Hi. Ich bin hier ein netter... Ich will nur mit dir reden. Gehen. 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 Du, du, du siehst wertvoll aus. Ich brauche auch kein Geld. Wir sind rich. Wir sind schon reich, das sieht man uns doch an. Oder? Sieht man schon, oder? Ja, ich sehe es auch. Ich soll den Weißen nichts... Wohin man auch sehr viel, sehr viel erkennt, ja. Ciao. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Hallo? Hallo? So, in dem Moment sagt der Let's Player und hiermit nochmal herzlich willkommen zu Let's Play The Last Story. Jetzt wo das Spiel eingeführt wird, weil das normal ist das typische RPG ist, muss man das natürlich so machen. Hallo? Also hey. Ich hoffe du enttäuscht es mich nicht vom Aussehen. es geht immer um den Charakter natürlich. Es geht nie ums Aussehen. Aus dabei ist Irene. Ja, hier nochmal willkommen zu The Last Story. Hi. Okay. Okay.